mit wir sind schon so über die Assis Team Chat reden ja für was wird der Call of Duty Voice Chat benutzt? zum Beschimpfen? zum Trollen? sonst doch nichts oder? Boah mein Penis ist so dick ja zizzle my Dizzle Digger Neger Digger Neger boah krass ich hab SN Wort gesagt SN? ich mein's aber nicht ernst meine lieben farbigen Freunde Schaurief stell's wieder dar ja kann er denn jetzt Englisch? ne ich glaub nicht nein doch ich glaub wenn der ein Ja da drüben war alter bist du ja krass konfrontiert also ich muss ja sagen ich find's geil wenn man sowas macht wenn man die Eier dafür hat ähm ich hab's nämlich auch schon überlegt ob ich das mach aber alleine würde ich sie durchziehen ich weiß nicht ins Ausland ich weiß nicht da hätte ein bisschen Schiss vor vom dass ich mich nicht ähm ähm wie sagt man? unterhalten kann mit den Leuten einfach nur so Standardsets hier und weißt du wie du in der Schule gelernt hast aber nicht so wirklich ah das kommt zwar klar du lernst wie ein Baby aber trotzdem es ist es ist trotzdem sehr anspruchsvoll vor allem für die ersten zwei Tage ja die erste Zeit wenn du dich halt wenn du schüchtern bist what? 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 wenn du schüchtern bist dann kannst du das nicht machen da muss ich schon ziemlich offen für sein ja ich find's spannend wenn Leute sowas hinkriegen und dann auch machen das find ich toll also unterstütze ich auch nur gern aber guck mal ich würd's sehr oh alter sehr heftig ich würd willkommen glaub ich Nidiza Mama Na komm Hi Voltage Warte Etage Yes Was? In die Fresse Spiel der Zeit voll viel mit Blendys das find ich voll schön Leute da kam der hinter mir Leute von hinten der hat nicht ihn nutzt ich weiß nicht die ganzen Maps spiel ich halt immer nur im Free For All und da weiß ich ungefähr wo die Spawns sind aber hier ist es echt da er kann höchstens 17 sein der Hunter der Hunter der Hunter weil der 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 kann nicht mehr doch welcher Fall der Hunter 98 ich bin mir zu 90% sicher dass das der 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 nicht darfst es aufregen ja das wenn du das wenn du dich einmal aufregst vorbei wo da war wohl ein 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 Typ da oben noch drin nein auf aufregend tut man sich hier ja klar klar und man tut es krass schnell also das ist schön ja er der beste von uns schreibt immer zu jeden Hacker und wir sind ja macht er das Leute haben wir gerade hier alle aufeinander einfach nur geballert aber mann wer war das du bitch der P8 80 18 80 ich weiß es man äh haben wir keinen wie Luben kann auch WOOOOO das kann ich weiter NEIN du geile Nutte Simon du schlutsch mir meinen Schwanz was das mache ich nicht doch ist die harte Dorfnute ist die harte Dorfnute das ist ein Strich das kann nicht jetzt reg ich mich auf genau merkste boah krass NEIN ich hab gerade einen einfach nur mit sprayen schön weg geholt mein aber auch schönen Dauerspray ich bin vielleicht im Moment grad ein bisschen zu aggressiv ja ich spiel gerade jetzt passiv weil die campen doch auch alle spiel zwar nicht so dass ich nicht rumlaufe aber trotzdem etwas vorsichtiger ich hab Drohne ich hab's geschafft ich hab Drohne ich hab's geschafft ich bin nicht unterwegs Aufklärungsdrohne Nein hast du auf das Dach da kommst du aber auch überall rauf ne ja extrem Aufklärungsdrohne online oh der ist tot warum hast du ihn schon getötet Boah ey was ich hab doch keinen getötet man Liga fordert mich da sind links welche ja da krieg ich gar nicht rein aber da brauche ich gar nicht versuchen ich bin lieber außen rum man kriegt die Leute ja die meisten kann man dazu sagen ja nur wenig darüber sie meinen halt man geht direkt frontal lol wenn's keine wenn's ja sagen wir mal ja weiß nicht ich lass ihn mich auch sehr oft überraschen will sogar nicht fuck handgottes du geiler Schwanzlutscher ich nehm mir da ne Eier richtig hau dran Harrier danke ich hab den abgelehnt weißt du Harrier mit mir am Arsch aber ich krieg glaub ich deinen mit dem ping schonmal ja das deine? ja ja krass wie gesagt ich spiel grad passiv ja das war nicht so schlecht das bei dem NOO war dumm fuck ich brauch nur noch so wenig ich will jetzt nicht sterben jetzt sterbe ich so NEIN was die runde ist aus naa ich war schon scheiße gerade dammit meine erste 2 meine erste 2 AKD ja nice oh ne ich dachte ich dachte er fliegt grad gegen den Mast haha oh nice 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 war geil ins Gesicht so jetzt eine runde kann man noch oder? eine runde geht noch aber einer geht noch warum nicht die ist toll stopp oder komm wir wechselstimmen ist auch ok wir wechselstimmen wir wechselstimmen ihr habt gestimmt erfolgreich wunderbar und jetzt kommt noch richtig scheiß man war 100